hallo und herzlich willkommen hier zwei weiteren folge hier gerade auf dieses maß wir sind jetzt bei und mähen auf feldnummer 44 gras und zwar im verband und so sehe das klappt ganz gut das gerät hat einen arbeitsfall von zehn meter auf neu eingestellt und naja gut ist halt so ne wenn wir halt so in kauf nehmen jedenfalls wir müssen gucken was unser andere fahrer macht mit zuckerrüben der melde ist voll muss mal gucken der ist fertig dünne fahrzeug geht nicht zu den farmer dann zurück zum hof wir haben schon tag dafür jetzt gehen zu haben wir einen traktor ich muss auch vorant lassen und war dann nichts so zuckerrüben wasser wieso fährt er nicht weiter muss ich wahrscheinlich rotieren enden wähler und fahrts aller punkt jo fracken wird leichter ist aber die rüben kippte ab dem fall passt gut dann lass da mal wasser abfahrer nicht mehr gefahren wollte ok am zucker wir haben von zucker wir haben kompost wir haben rüben so ist gut das läuft der paletten stehen 40 stück prozent das ist auch gut kommen wir eine weile aus und der fährt weiter das passt so der ist bei und prob hat noch brauche noch ein bisschen dann kann er gleich hier die 21 machen 17 18 nächstes fertig auto schon länger fertig fahr mal gleich richtung da ich noch holz holz ist gut für das nächste mal so dünge zurück zum hof der zum ballen pressen zu schwach da oben auf dem anderen traktor gucken wir einen feil hin dann können wir die rüben für bgh verwenden das ist gut verwerten es dafür ja ich sag mal schon dank das raum schau und allgemein mit für alle sehr schön freut mich ja das immer ja immer schön zu sehen wenn die entsprechenden krieg raten da ist wenn relativ lange geschaut wurde anführungszeichen also lang sonst drei vier minuten sind schon mal okay schon mal ein erfolg für mich klar ist besser wenn es voll geschaut wird aber ich kann es verstehen also viele videos zu schauen und da bin ich schon froh wenn ich bei mir bis zwei drei vielleicht für acht minuten die auffällt finde ich gut so dann ist das dazu also ein dickes dankeschön da mittlerweile auch schon 50 abonnenten sehr stolz drauf hätte ich nie gedacht dass man so viele werden anfangs lief der anführerin ganz schlecht also gut ich habe viel leergeld bezahlt in anführungszeichen kennt mich da auch nicht so auf geht das ding auf ja nur ein traktor die kässe vergesst und keine ahnung warum sowohl die mit dem mods als auch die original das weiß ich nicht warum blogging wieder grasmen klappen blogging sieht nicht gerne 96 der ist da gut der soll ja auch bald pressen mein knie tut weh ist zum glück wochenende morgen gehen müssen die kühle versorgt werden und die schweine und die muss man schwung schweine zum schlachter bringen junge willst du dich rein da ist ja eine katastrophe heute das sind die kälber das sind die kälber und die großen küche gut durchschalten also die beiden arbeiten alles gut das sieht gut aus da können wir auch gleich düngen so der hat den gewicht nein hat er nicht düngerfahrzeug der geht nie auf zu die ungünstige haben wir jetzt theoretisch naja wobei palettes geht es alleine auf also deswegen so keine ahnung oder er geht nur dann auch wenn ich irgendwo normalerweise muss ich aufmachen können wenn ich nachfüllen will da vorne will ich rein da hat schon 800 schaden aber überall pressen und tragisch also ich gehe nicht auf so wir werden jetzt die vier verkaufen ich werde mir die vom pöttinger zu legen aus prestige gründen das muss man ja schon als mitarbeiter fahren aus prinzip das war also die neun noch sauber und eine heile waren glaube ich schon gewesen das war nicht ganz sicher aber so p wir kaufen heute ballenpressen und zwar die mittelkombination so für die reifenstandards haben weiß ich nicht folie in die grüne wir kaufen gleich noch einen zweiten und dann haben wir ballen weiß nehmen das ist im grunde egal aber aus prinzipien immer anfang nehmen nur schwarz und die das rosa also ungern ne schwarz weil dunkel ist auch nix und rosa muss nicht sein ne aber naja ich werde nicht abgeneigt wenn jemand das haben möchte dann werde ich natürlich auch rosa nehmen die kann man auch nachts gut sehen ne ja da sollen die ja gleich im anschluss pressen so die sonne ausgehen jetzt ist der voll leer oder fährt er noch dann tanken mal auf wir haben ja so ein tankfahrzeug da so ein auto das ist wie ich so 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 oder hat noch was drinnen das kann sein das ist ein genug reserve hat hat man noch zum hof fahren könnte ja wo wir ein fahrzeug herbringen müssen dann wird das egal und wochen fahren dann können wir am hofer voll tanken hätte aber fast gereicht glaube ich seit 11 wieder die aussage hat marina her wieder wie gesagt am tag numero 5 könnte ich erstmal raps aussehen entschuldigung raps wäre Ende sommer anfang herbst dann können wir gleich hinterher pauschal unkraut bekämpfen bei raps dann haben wir keinen stress anführungszeichen dann gucken wir noch einen weiteren taktohabel frei einen zweiten mess in völkissen und dann können wir gleich weiter arbeiten mit pressen können die beiden zum nächsten feld fahren zwei fahrzeuge können dann gleich weiter so die kann man reparieren das bietet sich an also das theoretisch damit konnte nachdenken theoretisch theoretisch auf 440 nee auf 36 da ist dann gleich sinnvoll mit zweifeln zu fahren und die anderen können theoretisch ja fäller die einen traktor machen also die 23 dann die 425 das macht dann rein ein traktor das reicht ja aus weißfälle haben wir jetzt mal keins aber Grasfälle mache ich die Lageballen das war halt so ne kostengünstig ne so mal gleich reparieren schon böse kaputt gewesen wir sagen mal das ist auch ein hoher verschleiß ne schon gewicht war nicht drinne das gewicht war vielleicht außerhalb ja das gewicht hat prozent 29 das machen wir auch noch immerhin 7 Euro ne ich weiß nicht genau was los war verbeult verbogen keine ahnung soll ja auch vorkommen ne ist da noch ein traktor nö den kann man nicht nehmen der ist so schwach da ist auch keiner weiter wo sind die ja wenn man durchklicken ne schon finden ein bisschen ein bisschen müssen wir gucken dann ne aber ich komme mal mal Zeit durcheinander also nach der Weile ist das so überlege ich auch Mensch wo war da alles gewesen ist doch noch ein LKW tatsächlich oder ach das kann sein dass alle der mich fahren sollte gut die mich auch nicht mehr gefahren werden so ausklappen wieder wo sind die andere wieder nicht beim blocking hier strohen wasser drüben das könnte sein so wie aus so wieder das weiterarbeiten dann soll er hier dienen dafür möglichkeit die düngestufe hinkriegen und zweite dritte gleich lkw case puma der würde mich nicht rauslassen warum man sie auch nicht ja war noch einen zweiten junge noch einen zweiten vielleicht hat man nichts gehabt hier so diesen roten flitzer ggb den stellen wir hier rechts erst mal ran weil die sollen die erst mal so weit fertig werden ne ja um den kauf hinein ich hab da noch mal oder dem ohne mod mal und immer den hauptfarbe selkenfarbe nehmen wir auch rot trelleburg michaelin ist egal dann hat breitreifen wo das führung 282 jubiläum ist das schönes gekriegt hier okay das ist mal was neues naja neue ballen pressen dann können wir neue neuen traktor kaufen und mal vor allem gleich fertig den können wir dann gleich loslegen ja aber die doßliche augensteigerung das finde ich mir irgendwie nicht mehr richtig da sehe ich nicht genug nur die straße ist ja ein wenig ne oh der ist so schön sauber oh alles schön sauber dann werden wir gleich mal die kurse speichern dass wir hier welche los sehen können aber das war die nächste folge so geschaut das soll es auch heute auch schon gewesen sein ich sag mal schon schönen dank fürs reinschauen ja das würde ich freue mich über den schon reinschaut und leicht und weiß ich mal kommentiert in den berühmten algorithmus und dickes dankeschön dafür ja morgen geht es hier weiter mit ballen pressen dann immer gleich loslegen und programmieren tschüss und programmieren mit euch zusammen tschüss 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 Vielen Dank.